Guten Morgen und nach einem wirklich anstrengenden Tag heute an Osters Amtsach noch so ein paar kleine Inputs. Luftfahrt ohne Grenzen hat uns begleitet gestern, Alliance Club hat uns begleitet und das war schön. Aber was mindestens genauso schön war, war, dass sich aufgrund von TikTok-Veröffentlichung zwei Herrschaften gemeldet haben, die sich mit uns getroffen haben, als wir unterwegs waren im Ahrtal und dort wirklich zu zwei Versorgungsstationen gekommen sind, an denen auch wir waren und uns dort zu Gesprächen vereinbart hatten. Und sie brachten Lebensmittel mit und sie brachten Unmengen an Lebensmittel mit, die in der Versorgungsstation da das ein oder andere möglich machen, was ohne diese Privatspenden nicht möglich wäre. Und wir haben, glaube ich, auch diesen Leuten, die vorher keine Ahnung hatten vom Zustand, vom Jetzt und Hier und Heute im Ahrtal, zeigen können, wie der Heute-Zustand ist. Und ich glaube, viele werden Eindrücke mit nach Hause nehmen, die sie so nicht vorhatten. Über diese Stelle sage ich all denen vielen, vielen Dank. Ein ganz riesengroßer Dank an Sauerland und an die beiden Kids, die dabei waren. Das war eine Wahnsinnsnummer und ja, unglaublich und mich sprachlos zu machen, das würde schon was bedeuten. Und auch die gute Frau Rossbon, die sich uns angeschlossen hat, auch dir und deinem Begleiter. Vielen, vielen Dank, auch im Sinne von Mathilde und weiter so. Wir bleiben dran und wir brauchen eure Unterstützung auch weiterhin. Danke. Schöne Ostertage, bleibt gesund.